Hallo und was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir die Wischen Rivals. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! Fuss und Frank Butschmann sind live vor Ort. So ein Spiel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich eine Partie, die einiges im Angebot bereithält. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Renan Lodi. Puyol. De Paul. Januszaj. Er passt ihn auf den Flügel. Modric. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Williams. Williams. Da ist die Chance. Jetzt sind sie am Ball. Nach wie vor lebt diese Chance. Jetzt Modric. Jorginho. Modric. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch ein Ruf da oben. Merino. Ronald Koeman. Der Ball spielt da raus. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Modric. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich zur Sicherheit. Schuss, Kevin Sporanz. Und sie haben den Ausgleich. Richtig gut. Bis zum Ende. Alles geben. Und jetzt werden sie belohnt. Wir schauen auf die Uhr. Fünf Minuten sind es hier noch. Pass auf die Außenbahn. Marcus Lorente. De Paul. Renan Lodi. Roya Sabal. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen sie und gewinnen sie das Spiel. Williams. Die Chance jetzt. Ein fantastisches Tor. Damit ist dieses heutige Spiel. Anschluss hinter Mailand. Jorginho. Jetzt haben sie den Ball. Der Ball spielt da raus. De Paul. Williams. Merino. Roya Sabal. Gut gemacht. Gutes Deckling. Gute Chance. Da ist das Tor. Der Banne ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Ballverlust hinter Mailand. Williams. Da ist die Chance. Januszay. Und das Tor. War. Ja. Macht er den abgezogen. Ja. Er passt da klasse auf und geht dann genau im richtigen Moment hin. Da ist die Ball der Obero. Jetzt vielleicht. Varela, Insigne, Jorginho. Das macht er sehr gut. Marcos Llorente. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Das kann losgehen. Das war's dann mit dem Anstoß. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Er bekommt Hilfe. Der Schuss blockt den Schuss erst mal ab. Da schießt er daneben. Und da ist der Ball wieder weg. Tackling von Pujol. Neuerster Ball. Williams. Ball läuft da gut jetzt. Das könnte gefährlich werden. Klasse Chance jetzt. Und drin. Klasse Tor. Per Flugkopfball macht er den hier rein. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Schuss, Clemens Volland. Unglaubliche Parade. Der muss da drin sein. Abgewärts zur Ecke. De Paul. Gibt eine Ecke für Barcelona. Da können sie erst mal klären. Er zieht ab. Und da klingelt es im Kasten. Das könnte die Chance werden. Da hat er die Chance. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Marcos Llorente. Wichtig. Ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Llorente. Gute Chance. Tor durch Williams. Williams. Klasse gemacht. Natürlich. Und das kannst du am Ende als Abwehr auch nicht verhindern. Das ist die Chance. Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn. Und das so spät in diesem Spiel. Waren auf jeden Fall das Spiel jetzt wieder ausgeglichen. Das Spiel beginnt. Williams. Mikel Noya Sabal. Elfmeter. Ganz klar. Der Helfer ist drin. Wie sie da die Offensive unterstützen. Williams. Und jetzt die Chance. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Unglaubliche Parade. Tor durch Williams. Williams. Tor durch Williams. Markus Llorente. Und da kommt er an den Ball. Januszay. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Jo Leute. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss Papa. Kas групп. Bud von Funk. Musik Musik awka Musik 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 Musik